Was würdet ihr bevorzugen? Carbobong-Lippenstift oder Lollipop-Lippenbeisern? Denkt ihr ein Kekslidschatten oder Sprite-Parfüm klingt gut? Dann schaut euch dieses außergewöhnliche Make-Up-Video an! Ich habe zwei Lollis, einen großen und einen kleinen. Ratet mal, wer zu viel isst und nicht trainiert. Und welchen wird meine Freundin wählen? Natürlich den großen. Eine gute Wahl, denn innen befindet sich ein Lippenbeisern. Ihr braucht einen beiförmigen Lippenbeisern. Nehmt ein Lolli aus der Verpackung und schneidet den Stiel ab. Klebt den Stiel mit Heizkleber am Beisern. Den Behälter bekleben wir mit Bastelkleber und befestigen daran die Verpackung. Klebt noch das Ende ab. Jetzt schneidet die Verpackung in der Mitte ein, damit sich der Balsam öffnen lässt. Meine Freundin öffnet den Lolli und innen ist ein Lippenbeisern. Sie wendet diesen sofort an, um ihre Lippen zu pflegen. Hm, lecker! Hier, den kleinen Lolli gebe ich dir. Meine Freundin möchte frühstücken. Sie nimmt ein Glas mit Müsli. Während sie nach dem Wasserkocher sucht, nimmt eine mysteriöse Hand das Glas. Oh, es ist nicht mysteriös. Es gehört mir. Und es ist kein Müsli, es ist Badesalz. Ihr benötigt weißes Badesalz. Raspet eine natürliche Seife. Und gibt es mit dem Salz in ein kleines Glas. Zerkrümelt dann eine rosa Badekugel oben drauf. Jetzt schraubt den Deckel drauf. Bedeckt es mit einem Stück Stoff und befestigt noch die Schnur. Während sich meine Freundin wundert, wo ihr Frühstück ist, eile ich ins Badezimmer mit dem Müsli-Glas in den Händen. Den Tag mit einem Bad zu verbringen, ist vielleicht besser als zu frühstücken. Ich gebe das Salz ins Bad und lasse das Wasser ein. Meine Freundin behauptet, dass sie backen kann. Sie legt gekaufte Kekse auf ein Backblech. Und jeder soll denken, dass sie die gebacken hat. Natürlich nicht. Füge noch Sahne hinzu, um überzeugender zu sein. Du Superkoch! Wenn ich ihre Kekse sehe, werde ich langsam hungrig. Was ist da im Kühlschrank? Wow, ein Schokoladeneis-Stick! Nein, es ist eine Fälschung. Was ist das? Sie öffnet das Eis, um zu zeigen, dass es sich um einen Lidschatten handelt. Ihr benötigt eine kleine Lidschattenpalette. Legt es auf eine Schaumstoffplatte und schneidet die benötigte Größe aus. Befestigt es dann an der Palette. Achtet darauf, dass die Palette sich öffnen lässt. Wie geht es dann mit einer Schaumstoffplatte um? Jetzt noch den Überschuss abschneiden. Schneidet ein Stück von einem flachen Holzstoff ab. Klebt dann den Stiel an dem falschen Eis an. Leb wohl, mein Eis. Ich werde dich vermissen. Und was kann ich jetzt essen? Okay, dann bring deine Kekse. Ich tue so, als hättest du sie gebacken. Die Kekse sind schnell weg. Ja, wir lieben Süßigkeiten. Ich nehme den letzten Keks. Was ist das? Da ist der Lidschatten drin. Ihr benötigt einen runden Lidschatten und lufttrockenen Ton mit beiger Farbe. Legt einen Tonkreis auf den Lidschatten. Reut jetzt noch etwas Ton. Diesen befestigen wir an der Kante, um das Plätzchenmuster nachzuahmen. Verwendet einen Holzstab, um die Struktur auf der Rolle zu imitieren. Und formt noch weitere Rollen für die Oberseite. Legt dann noch einen braunen Ton als Schokolantropfen drauf. Und dekoriert dann die Unterseite genauso. Der fantastische Lidschatten in Keksform ist fertig. Das ist also, was meine Freundin so lange gebacken hat. Es ist ein trenniger Lidschatten. Die Super-Make-Up-Köchin bietet mir ihre Mentos-Bonbons an. Nein, danke. Ich habe meine eigene Packung. Und außerdem kann ich meine Mentos benutzen, um meine Augen zu schminken. Wir benötigen Mascara. Entfernt die Bonbons aus einem Mentos-Paket. Setzt darin dann die Mascara ein. Mach deinen Schnitt am Deckel. Klebe dann die Verpackung daran. Falte die Enden, um ein echtes Mentos-Paket zu imitieren. Meine Freundin mag den erstaunlichen Mascara. Ich werde meine Freundin mit einem getarnten Lippenstift reinlegen. Wir brauchen Lippenstift in einem quadratischen Behälter und eine Frutella-Packung. Nehmt die Cowboy-Bonks heraus. Verpackt darin den Lippenstift. Und schneidet den Überschuss ab. Mit Heißkleber die Verpackung an den Behälter befestigen. Jetzt faltet er es an den Enden und klebt es zu. Mach deinen Schnitt, damit der Lippenstift sich öffnen lässt. Ich sehe eine Packung Bonbons, die meine Freundin im Regal liegen gelassen hat. Ich öffne die Packung und da ist ein Lippenstift drin. Es ist nicht das, was ich erwartet habe. Im Gegensatz zu meiner Freundin genieße ich diesen fabelhaften Lippenstift auf meinen Lippen. Meine Freundin hat ihre Handtasche offen gelassen. Ich nutze die Gelegenheit, um ihr ein Geschenk zu machen. Es ist eine Schönheitsbox. Nehmt eine Metallbox mit Pastillen. Ihr könnt die Süßigkeiten essen. Gebt Blaschbälle in die Box hinein. Legt dann noch einen kleinen Make-up-Pinsel oben drauf. Meine Freundin kommt zurück und holt ihr Make-up aus ihrer Tasche. Was ist das? Ich kann mich nicht erinnern, diese Pastillen in meine Handtasche gesteckt zu haben. Sie öffnet die Box und sieht statt Bonbons rote Kugeln. Komisch. Jedenfalls scheint sie es zu mögen. Inzwischen bin ich in meinen eigenen Streich gefangen. Meine Freundin nimmt ihre Schokolade raus. Sie gibt mir eins. Danke. Ich ziehe die Verpackung ab, aber die Schokolade sieht komisch aus. Verklebt mit Heißkleber die Oberseite des Lippenbalsams. Wenn es getrocknet ist, malt mit brauner Acrylfarbe den gesamten Behälter an. Mach das Toppingmuster mit hellerer Farbe. Ich öffne es. Aha! Hier ist eine Balsamfüllung drin. Ich kann diese Schokolade benutzen, um meine Lippen zu pflegen. Ich lese ein Buch über magische Transformationen und meine Freundin bringt mir eine kleine Sprite. Mal sehen, was drin ist. Parfüm? Natürlich. Nehmt einen Parfümstift. Reißt das Etikett einer Flasche Sprite ab. Markiert dann die Stiftlänge, sodass der Name des Getränks zu sehen ist. Und schneidet es dann ab. Befestigt dann das Etikett am Parfümstift. Ich teste das neue Parfüm. Es riecht genau wie Sprite. Ich mag den Duft nicht. Hier, nehm ihn wieder. Aber meine Freundin ist damit nicht einverstanden. Meine Freundin liebt Kaffee. Und ich habe einen Nachtisch. Nämlich köstliche Pralinen. Zerkleinert braunen Zucker mit einem Löffel. Fügt dann gebrauchten Kaffee hinzu und vermischt es. Jetzt noch Kokosnussöl hinzugeben. Gebt die Mischung in eine Silikonform. Dann stellt es ein paar Stunden in den Gefrierschrank. Nach dem Abkühlen könnt ihr die Form entnehmen. Meine Freundin greift nach meinen Süßigkeiten. Sie sehen genauso aus wie die weiße Schokolade mit Kaffeefüllung. Nehmt eine Praline und verteilt es über eure Hände. Reibt es unter fließendem Wasser auf die Haut. Wascht es danach ab. Es beugt rissige Hände vor. Eure Haut wird sich weich und glatt anfühlen. Meine Freundin bietet mir Mentos Bonbons an. Ihr braucht eine flache Packung Mentos. Lasst die Süßigkeiten frei. Hey, lauft weg! Öffnet eine quadratische Lippenstiftpalette und legt es auf die Verpackung. Schneidet dann den Überschuss ab. Mit Heißkleber befestigen wir den Behälter an der Verpackung. Ich öffne die Mentos. Aber darin befinden sich keine Kaubonbons. Es ist eine Lippenstiftpalette. Was meint ihr? Mögt ihr Lippenbeisam statt Schokolade? Badesalz statt Müsli? Oder Mascara statt Kaubonbons? Schreibt uns, auf welche Art ihr Süßigkeiten und Make-up kombiniert. Vergesst nicht zu abonnieren. Drückt den Like-Button und klickt auf die Glocke. Es ist Zeit, sich die neuen Videos von Troom Troom anzusehen.